malzeit freunde und herzlich willkommen zur 72 ausgabe von freischnauze heute mit dem titel anzeige es raus ja was kann man sich jetzt darunter vorstellen nur wie immer ein kurzes vorwart ich hab das video auch vergessen kurz vorwart ich bin der grüche an freischnauze bedeutet ich rede über alle sachen die mich interessieren einfach freischnauze ohne skript sowie wie mein mund gewachsen ist und ja dann wollen wir zum heutigen thema kommen anzeige es raus was heißt es ich sage es jetzt offen ich habe inzwischen zwei anzeigen wegen ordnungswidrigkeit weil draußen ohne baske erwischt wurde ja ich habe draußen keine maske tragen und habe deswegen zwei anzeige am arsch ja wie kann man eigentlich zu der ersten ja das war mal dauern kurz ein bisschen bisschen vorgreifen muss ein bisschen bisher jetzt müssen wir persönlich erzählen finanztechnisch besitze ich ein p schutzkonto und teils ein fändungsschutzkonto weil ich habe irgendwo noch irgendwelche scheiß abzubezahlen und mir ist vor sehr vielen jahren erhalte der gesperrt worden also komplette konto dicht gemacht worden und damit ich halt nicht verhungern muss habe ich mein konto im p schutzkonto umwandeln müssen damit bald bestimmter monatlicher freibetrag bleibt von dem ich leben kann und nur ist es so dass ich in den letzten drei monaten komischerweise obwohl ich spaß am gewesen bin immer wieder am ende des models my limit erreicht hatte und kein geld zur verfügung hatte und so auch an dieser einen tag als ich meine erste anzeige an arsche gekriegt habe weil die maske nicht getragen habe denn der automat hat gesagt nein du nix kriegen geld du habe ein limit erreicht du müsse fahren schwarz scheiße das wollte ich ja natürlich nur nicht hatte keine andere wahl ich musste irgendwie zur arbeit kommen egal ob ich auf dem weg gemacht das war glaube ich anfang november oder sowas gewesen sein und wie es so ist jetzt hat über kurze fahrscheine für die scheiß bahn da draußen die presse natürlich wieder schön explodiert nach oben da ist noch schön teurer geworden und kurze fahrscheine keine so interessierte da kommt keiner und dann ohne fahrscheine mit immer plötzlich überall rannten die ja ordnungshüter rum und die ganzen kontrolliere und sicherheitsfritzen von den ganzen öPNV sachen da und die fahrscheine kontrolliert und auf meinem weg hin zur arbeit ist immer halt so gewesen dass die typen da einsteigen sind in der bahn die kontrolliere waren nur zu zweit zum blick war durchgangszug und ich war schon kurz vorm ziel als sie dann da losgerannt sind und die fahrscheine da irgendwie kontrolliert haben und ich bin dann aufgestanden bin dann durch die zugelassen gelaufen dachte mir gut kommst du da raus fährst du zwei bahn weiter dann dürften die vielleicht wahrscheinlich wieder auf rückweg sein sind nur drei vier stationen ja und habe mich natürlich drüber aufgeregt dass ausgerechnet jetzt so drei vier tage vorm dings die scheiß fahrscheine kurven konnte das ist ja immer plötzlich so stark kontrollieren habe ich natürlich tierisch aufgeregt und weil ich war so ein scheiß pech hatte und natürlich sass ich eine bahn hat ohne maske weil ich sehe halt nicht ein warum ich als sonder mensch eine maske tragen sollte wenn draußen alle anderen eine maske tragen und ja findet halt auch keine gefährdung statt also zumindest nicht für die anderen und für mich nicht ich bin wie gesagt kerngesund weil das ich mir vor allem mal in drehen dass ich diesen kackvirus in mir rum trage auch weil ich es nicht mitkriege das ist totaler schwachsinn ja also wenn ich krank bitte merke ich dann schon jeder mensch möchte wenn er krank ist dann fühlt man sich nie wohl man kriegt viel mehr und so weiter und in den letzten wochen monaten ist diesbezüglich bei mir da ist halt nichts passiert ja und verbringen die traufe sozusagen raus aus der bahn ohne maske und habe dann leider zu spät die beiden polizisten leise die da offenbar aufgestanden haben und die mit der alle gequatscht und ja auch selbst die erste anzeige ja aus was rausgegeben und hat mit euch fragt sind sie der und der und ich sage ja ich bin der und der wo sie da und da ja ich wohne da und da ja irgendwann popp so zwei treffungen später war denn der brief dann da und stand dass ich mich halt dass ich mich dann halt ja daraus reden sollte und erklärung abgeholt weil ich bis heute nicht gemacht habe ja und ja wie gesagt ich seht halt nicht ein da und ich werde doch gleich noch gründer kennen warum das warum ich jetzt nicht einsehe so das zweite mal war ich dann privat unterwegs fahrschein das ist eine bahn habe im handy comics gelesen musik gehört und dann sind plötzlich in der u-bahn ist da plötzlich so ein großer bulle von sheriff in gestiegen ja mit seiner kollegin und sitze mich halt ohne maske sitzen und ich bin der meinung weil er halt groß und kräftig war und seine kollegin dabei hatte hat er erst mal erst mal auf knallhart gemacht um zu zeigen da gegenüber dass er eier hat und habe erstmal rumgeschnauzt sie mir sofort ausweis her und blablabla was ich in meinem waren nicht mitbekommen habe ist die tatsache dass der drecksack der mich da kontrolliert hat und der mit einer anzeige schrieb mit seiner kollegin ebenfalls nicht maskiert war kein witz die anderen polizisten die mit dem die mich beim ersten mal erwischt haben die waren maskiert da kann ich das kinderbeschweinigung ausrichten ja aber beim zweiten mal trugen die bilden halt keine maske und ich habe darauf gesagt ich war so baff mit immer weil ich so aus meiner welt rausgeholt wurde weil ich habe musik gehört habe ich habe mich total abgeschottet ja wo ich es raus war dass ich völlig baff war und eigentlich eigentlich in dem moment gerne gefragt hätte warum die keine maske tragen ja ich habe mich da also wie so ein mensch von zweiter klasse habe ich mich da behandeln lassen und ich muss sagen tierisch gegen mein ego dass ich da leider zu nachgiebig war obwohl natürlich ratsam gewesen wäre ich muss ehrlich zu jedem tag mit den anderen so ein bisschen bequatscht das hat mich wirklich ankotzt wirklich nachgiebig sein zu müssen ja muss ich das so vorstellen ich bin leider jetzt was die sachen betrifft nicht wirklich der durchsetzungsfähigste typ fehlt mir einfach das mag erstmal für einige vielleicht ein bisschen enttäuscht sein aber ich muss für mich selbst darüber überlegen ob das zurückziehen ob das irgendwo so eine art vernunft oder feigheit ist ich weiß nicht genau ob ich das so definieren kann aber ich bin der meinung aus eigenschutzgründen ist es wahrscheinlich besser sich dann so ein bisschen zu fühlen als unnötig ärger heraus zu provozieren ich pendel da irgendwo zwischen vernunft und feigheit denn trotz allem habe ich im inneren so die scheiß große fresse dass ich vor allem die schnauze voll habe was ja auch so ist und auch die nächste geschichte die ich jetzt erzählen werde hat mir wieder tierisch an meinem scheiß ego gekratzt weil ich wieder nachgegeben habe und jetzt wird richtig bescheuert denn ich bin ja neulich befolgt wenn ich meine nächsten dienste eingetreten habe biker zu meiner frau mutter gefahren die habe ich ja im jahr 2000 also jetzt im jahre 2021 noch nicht gesehen ich hatte auch ein bisschen frei noch bevor die nächsten dienste kamen bin halt für drei tage zu hierhin gefahren und bin in berlin in den ice stiegen der nach eberswalde fuhr so und der hälfte aus nur zwei stelle nur an zwei stationen das ist berlin gesunden und hat eberswalde womit der erzähler ist ganz wichtig so der war auch wie man im bahnkreis so schön sagt war der nur gering ausgelastet das heißt es war nicht viel unterwegs war natürlich verwunderlich ist weil die raus und 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 fahren auch nix wohin weil die sind ja alle höre ich und machen das was man ihnen sagt und habe ich halt irgendwo hingesetzt wo ich halt noch ein bisschen ja ein bisschen beinfreiheit hatte ihr müsst wissen diese ic t dinge auch wie die sich nennen oder diese kleinen schmaleren ic es gibt ja hier diese ic3 sind und die vorne haben so vorne so schön lange schnauze und diese kleineren ic es sag jetzt mal ich glaube ic t heißt ic t ja ic t und ic td war diese version und die ic t ist die sind ja so die die kleine abgespecktere version vom ic3 fahre sowieso schnell und sind in drinnen relativ eng ja also bei einer 1,90 m und meine lange beene da hab da manchmal so ein bisschen schwierig da platz zu finden und hab mir halt auf dem platz gesetzt wo halt so kein tisch war und da war auch der durchschnitt zum nächsten abteil habe ich da hingesetzt habe auch meine maske gehabt aber die war halt so unter der nase weil mir diese scheiß lange luft liegt da ein wie ein aber musste die hat mich fertig gemacht ja also ich habe mir richtig mitgekriegt ich habe mir einfach richtig unwohl zu führen das habt ihr halt runtergezogen ja und dachte mir gut fährst jetzt ungefähr eine halbe stunde müssen etwas walde holt sein tampe draus kriegst den film an ich habe doch gemütlich guckt und fange mir immer so ein bisschen zu lachen und dann saß so ein typ schräg rechts von mir ungefähr zwei meter weit weg und fängt an mich voll zu maulen ja ich habe trotz köpfe so mitgekriegt und meint ja plötzlich zu mir ich soll meine maske aufsetzen weil jetzt sei ihm respektlos gegenüber warum ich keine maske trage ich sage leck mich am arsch was war denn gerade ihm du hast mich richtig verstanden ich sage du hast mir ehrlich zu sagen ich habe eine maske du hast eine maske zu tragen mir aus respekt gegenüber kommst du hin und hast die maske auf und fängst dich an zu lachen ich sage alter würdest du mich jetzt verarschen ist jetzt schon lachen verboten oder was steht denn für dich für eine gefährdung darum ist respektlos gegenüber ich sage du drehst doch nur maske wen gefällt denn du sitzt weiter noch weg sagt wen wen gefällt denn hier das seine maske auf und dann ist er so oft ist er so zu der vorne rutscht ich dachte erst der wohl aufstehen und ja und dem augenblick halt mir nach komm kircher lass es sein hör auf zu diskutieren ja papa sagt er hat mich anders von gesetzt ja und hab dann auch gesagt ja ich hab so die schnauze voll alter die benutze eigentlich mal ein jetzt scheiße ja so und das lustige ist wie gesagt ich saß dann in einem anderen teil stecke eberswalde aus kaputt gesagt es waren nur zwei halte in gesundbrunn und dann halt eberswalde ich geh dann zurück zur also zurück zur tür die mir als nächstes war hinter mir einfach zu wissen ob der typ noch drinnen sitzt da war der weg das heißt der ist in gesundbrunn ausgestiegen und familien hauptbau war gesundbrunn fällt der zug vielleicht gerade mal zwei drei minuten wegen diesen scheiß zwei drei minuten hat der so eine welle schon ja so nach dem motto du trägst deine maske nicht du bist keiner von uns du verpiss dich von hier und trage deine maske ohne karl aufs maul was mir hinterher erst eingefallen ist der für mich einzig logische grund warum der so eine scheiß große fresse hatte ist dass ihm gegenüber auf einem anderen sitz so eine junge dame saß diese maske getragen hat und ich der meinung bin obwohl ich sich beweisen kann aber meine innere stimme schreit danach dass ich weiß dass es so ist ja ja dass er vor der alten ja so ein bisschen eier beweisen wollte ich habe da vor mir ein astrein simp gehabt der wollte die frau beeindrucken guck mal hier ich mach mich stark der hält sich nicht daran ich muss mir ein bisschen eier beweisen muss ja ein bisschen eier beweisen und ich ist es kotzt mich wirklich so unfassbar an dass ich da nicht nach ihm dass ich da schon wieder nach ihm habe mein dick ja ehrlich ich war so sauer ja und das ist so eine sache die kotzt mich einfach nur wirklich an also diese ganze scheiß denunziantentum diese die hörigkeitsdingens ja ich meine wirklich ist ich bin so hier nervt so unfassbar ihr nervt davon von allem dass die leute sich wirklich an die an diese scheiß regeln halten dass sie alles machen was man ihnen sagt und dass die ganzen anderen assist die dafür sorgen dass es noch mehr regeln gibt immer wieder noch mehr in ruft kloppen ruft kloppen und die leute es immer noch mit sich machen lassen ich meine irgendwann muss doch in dem dümmsten kopf ein schalter umgelegt sein und sagen und sagen das kann doch wohl nicht wahr sein wie kann das nicht sein dass wir uns alles halten und trotzdem immer noch in der meer in arsche treten kriegen ja das ist das riecht mich so auf ja jetzt heißt es ja mit immer wir sollen diese komischen ffp2 masken trauen und sollen unseren bart abrasieren weil sonst wäre eigentlich da keine fest aber seit wann hat irgendein wildfremder mensch mit zu 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 befehlen dass ich mir den bart abrasiere sag mal jetzt noch oder was und selbst das machen die leute wahrscheinlich noch mit dass die die bartreher sind und so systemabhängig sind dass sie sich den bart abrasieren weil sie angst haben dass sie dafür einen arsch zu kriegen meine was soll denn denn blödsinn dann sollen sie mir noch eine dritte anzeige verpassen das ist mir auch scheiße ja interessiert mich nicht ja dann sagen wir nicht die dinger dann sollen sie mich sollen sie mich doch in diesem komischen sachsen in diesem ehemaligen flüchtigheim stecken wo sie die kurze corona in der anderen packen wollen ja dann ist das eben so ich kriege das drauf an mir ist das scheißegal mir reicht das weil ich sehe es einfach nicht ein dass man sich an alle regeln hält die in uferlicht werden und dass es halt immer noch mehr regeln gibt die noch mehr eingehalten werden und noch mal eingehalten werden irgendwann wie soll ich mir vorstellen sollen wir irgendwann nur noch mit dem militär an der hand durch zur arbeit geführt wenn der lieber zurück nach hause sollen wir irgendwann nur noch mit dem supermarkt telefonieren und einen termin ausmachen wenn wir einkaufen gehen können was soll denn die scheiße das wird doch immer schlimmer weil die leute in ihrem scheißdämischen schädel immer noch tatsächlich die hoffnung haben dass das irgendwann mal wieder besser wird und so normal wie es vorher war das ist doch echt ein witz oder glauben die leute denn tatsächlich dass wenn die sich an alle regeln halten dass sie irgendwann dass es wieder so wird wie vor 2020 dann tut mir leid da muss ich euch enttäuschen das könnt ihr vergessen das wird nie wieder so werden ja du könnt ihr vergessen es wird nicht mehr so werden und 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 aber wie gesagt dieses 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 jeder einzelne mensch denkt warum macht keiner was und das nervt mich ich meine ich bin in der hinsicht ohne die besser das gebe ich eigentlich zu ja das ist ein fehler den ich mir auch halt entdeckt habe oder der mir halt auch aufgezeigt wurde von 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 die anderen äh dieses dieses wagt darauf dass irgendjemand was macht ne das denken alle es gibt da diese wunderschöne bild der tag war vor jahren gesehen äh da war so ein bild äh im club da hat irgendjemand anderen verprügelt ne also wie gesagt unten auf der straße hatten wir einfach mal da standen überall leute rum und die hatten alle den gleichen gedanken warum macht keiner was ne und genau in dieser situation befinden wir uns gerade wir sind diejenigen die geprügelt werden und alle denken nur warum macht keiner was ne aber warum sieht denn keiner weil man nur sich selbst sieht und nicht sich nicht vorstellt dass andere ebenso denken könnte weil dann könnte man sich ja zusammentun und äh er war dein unternehmen mhm jetzt wird wahrscheinlich auch demnächst im raum stehen dass wir in dem öPNV mit nicht mal miteinander reden dürfen weil ja die ihre solo durch die masken übertragen äh durchgetragen werden und ähm dann fragt mich doch falls es soweit kommt ähm was diese komischen ffp2 machen sollen wenn die dann trotzdem nicht wirken weil man nicht reden darf und ich bin mir sicher dass die leute das trotzdem tatsächlich mitmachen und sich das drehen verbieten lassen im öPNV und wahrscheinlich nicht nur da wahrscheinlich wird das dann auch noch ich meine ne das ist mir zu unrealistisch ich kann mir nicht vorstellen dass die leute unterwegs auf der straße nicht mehr miteinander reden das mag ich mir nicht vorstellen das ist absolut unmöglich das geht nicht und trotzdem ist dieses szenario in meinem kopf mit der vorstellung dass tatsächlich leute die sich daran halten ich hab vor du würdest irgendjemanden nach dem weg fragen und dann winkt er ab und läuft weiter weil er angst hat dass er durch sein red ein coronavirus übertragen kann also ich ich muss ehrlich sagen ich habe absolut oder besser gesagt immer weniger eine empathie für meinen mitmenschen gegenüber vor allem wenn er solche vollidioten wie diesen arschloch im zuchter hast der dann sich schon so quasi hinsetzt und sich bereit macht aufzustehen und dir was aus dem maul zu hauen das ist ich wäre mir sicher gewesen dass der das versucht hätte auf der anderen art muss ich aber sagen das hätte ich mal vorhin auch erwähnen sollen kam dann allerdings auch die antwort warum ich vernünftig gehandelt haben könnte weil ich habe mich weiter vorne gesetzt im zug und irgendwann lief ein polizist in mir vorbei ich hab da die maske auf gehabt ich hab da schon gesehen oh der kommt auf mich zu ich weiß nicht ob der privat unterwegs war und ob der feierabend hatte oder ob der da grundsätzlich im zug da durch jeden fährt und ab und zu mal durch hat und kontrolliert ich weiß es nicht jedenfalls ist er da vorbei gelaufen ich denke mal der weiße aus dem klo gelaufen und dann wieder zurück und dann stand da polizeilof und ist dann auch nicht weiter aufgestanden sondern dass ich diese scheißmaske wieder unter die nase gezogen habe weil ich das einfach ich hasse jetzt diese scheiß heiße luft wieder einzuhaben die da entsteht ich mag den überhaupt nicht ja und ich auch neulich bei diesem job bei der bank den ich da hatte haben die mich gezwungen diese maske da zu tragen und und ich kann richtig mit ich kriege wie mir wirklich richtig heiß wurde unter der maske und mir schwindelig wurde ja diese heiße luft wieder einatmen das ist einfach total widerlich ja und ich glaube dass die die leute da draußen die diese maske tragen sich dazu schon dran gewöhnt haben aber ich will mich da nicht dran gewöhnen ich traf der dicks vielleicht schon öfter vor der fresse und so weiter aber neulich hat der busfahrer auch von da rumgemault und hat rumgemault und hat mich wieder gefühlt ich meine das war jetzt auch so eine schicht gewesen muss ich eigentlich zugeben das ist keine ausrede aber da hatte ich wirklich die schuze voll ich hatte überhaupt keinen bock mehr im nerv gehabt irgendwie was zu agieren und diesmal hat sich auch nicht mit ehrgefühlen gemeldet und hat gesagt ey das scheiß dass du wieder wegstecken musstest sondern diesmal war die industriebe wirklich da hat er gesagt gut dass du noch nichts gemacht hast dann die kamen spontaner rufe gekriegt von meiner firma das in der finanzfiliale ein wasserschalen gewesen ist und ich da halt mich haben sie mich da hinfahren könnte bis zum nächsten tag bis die ersten mitarbeiter wieder auftauchen um halt das im auge zu behalten weil es hat hier regnet und es hat da wirklich regnet tropft und da ist wirklich sehr viel wasser runter gekommen und ja da war ich dann halt von 18 Uhr bis am nächsten morgen um 8 Uhr da weil die filiale um 9 Uhr auf macht und da kann man sich natürlich vorstellen dass ich da wirklich extrem müde war nach diesen 14 Stunden und auch schon an dem tag wo der anruf kam ich schon vormittags um 9 Uhr wach gewesen bin das heißt ich war 24 Stunden wach und dass ich da keinen bock habe mit einem busfahrer rum zu diskutieren warum ich die maske getragen habe ich natürlich gefühlt weil ich schon im bus beinahe eingeschlafen wäre also ja das war dann also das war wo wir gesagt haben okay ne komm lass ja was soll ich sagen es wird wirklich Zeit dass sich eigentlich mal einen Widerstand richtet und zwar ein richtiger weil ich hatte das Gefühl wir steuern auf immer noch mehr Regeln zu immer immer mehr Regeln und das kotzt mich langsam an ich meine sollte man in so einer Pandemie sollte man die Leute da nicht motivieren ihnen ein Bild geben was ihnen ein bisschen Hoffnung macht ja was ein bisschen aufbaut stattdessen nur Regelungen Verordnungen Verbote Kontrollen Strafen Anzeigen also ehrlich das muss doch die Leute langsam mal auffallen dass das totaler Schwachsinn alles ist gut aus welchen Gründen das passiert das ist ja vollkommen klar das muss ich jetzt in dieser Stelle nicht erwähnen und zweitiger Bus Verschwörungstheoretiker aber ich habe auch gelernt auch wenn ich viele Verschwörungstheorien was Corona betrifft anfangs auch so ein bisschen müde belächelt habe und gesagt habe ja okay da könnte was dran sein ja muss ich allerdings auch zugeben dass viele Sachen die von den meisten verbreitet wurden inzwischen tatsächlich eingetroffen sind ja und ich denke jetzt sage ich jetzt ein bisschen Locker und entspannter sehr und ich denke vielleicht mal doch mit einem Ohr mehr hinhören sollte was so erzählt wird ne zum Beispiel wenn jemand erzählt dass die Erde überbevölkert ist der eine sehr hohe Position in einem Ministerium für Gesundheit hat und uns dann mit dem Impfstoff retten will naja also jemand der der Meinung ist der ist ja überbevölkert und will uns in einer Zeit in der Menschen erkrankt mit einer Impfung retten also ja klingt schon sehr glaubwürdig ich bin erstmal raus für heute danke fürs Zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020